Musik Hey, wir gehen alle wählen Euer Kreuz wird uns hier hin Es liegt in eurer Hand Ihr habt das Recht zur Wahl Hey, Paul, komm mal her! Ja, Maja? Was gibt's denn? Hier läuft gerade etwas über Politik Ah, die machen Werbung für ihre Parteien Was sind denn Parteien? Wird es auch auf deiner DVD erklärt? Schauen wir mal In Deutschland gehören die meisten Politiker zu Parteien Eine Partei ist eine Gruppe von Menschen Diese Gruppe hat gemeinsame Ziele Die Politiker vertreten die Ziele und Interessen ihrer Partei Die Ziele schreibt jede Partei in ein Buch Dieses Buch nennt man auch Parteiprogramm In diesem Parteiprogramm steht was die Partei und ihre Politiker wollen und was sie nicht wollen Die Parteiprogramme Die Parteiprogramme der verschiedenen Parteien sind nicht gleich Es gibt die Parteiprogramme auch in leichter Sprache Informiere dich über die Inhalte der Parteiprogramme Finde heraus Finde heraus welche Partei die gleichen Ziele und Interessen hat wie du selbst Diese Partei kannst du dann wählen In Deutschland gibt es viele Parteien Es gibt sechs große Parteien Diese Parteien haben unterschiedliche Ziele Jede Partei hat ein Bild An diesem Bild erkennt man die Partei wieder Die größten Parteien in Deutschland sind Die CDU Das heißt Christlich Demokratische Union Die CDU setzt sich dafür ein dass Werte wie Familie, Heimat und Religion bewahrt werden In Bayern heißt diese Partei CSU Das steht für Christlich Soziale Union Die SPD Das heißt Sozialdemokratische Partei Deutschlands Die SPD ist für Soziale Gerechtigkeit Das heißt Jeder Mensch soll die gleichen Chancen im Leben haben Die FDP Das heißt Freie Demokratische Partei Die FDP möchte dass sich die Regierung so weit wie möglich aus dem Leben der Menschen heraushält Die Grünen Die Grünen setzen sich für den Umweltschutz ein Die Linke Die Linke Die Linke will die Arbeitsbedingungen von den Menschen verbessern und möchte dass mehr Sachen allen Menschen gemeinsam gehören und nicht reichen Leuten Die Piratenpartei Die Piratenpartei möchte dass mehr Menschen in der Politik mitmachen und der Einzelne einen größeren Einfluss auf die Politik hat Die Ziele von einigen Parteien sind ähnlich Diese Parteien arbeiten oft zusammen Zum Beispiel die SPD und die Grünen oder die CDU und die FDP Die Linke 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 Die Linke